hallo alle zusammen willkommen zurück zu einem neuen video ihr seht ich habe eine neue form von molds and shapes das ist diese hier ich dachte mir weil ich viereckige coaster habe oder eine viereckige coaster formen kaufe ich mir auch mal ein tray form und benutze mal wieder eine von meinen schablonen hier möchte aber zusätzlich dieses mal auch noch silikon stempel benutzen und zwar nicht klassisch als stempel sondern ich werde die eingießen und dann hinterher entfernen ihr seht das sind so ganz normale silikon stempel diesmal in frauen form ich habe schon zwei rausgenommen und jeweils angemalt den habe ich schon komplett mit my cup powder angemalt ihr seht in grün und blau mit mit colorshift farben für die augen von den von den frauen federn und die werde ich dann irgendwie so in die ecke packen die saugen sich an der silikon oberfläche auch sehr gut fest und normalerweise funktioniert das ganz gut und ich dachte ich zeige euch einfach mal wie ich das messen ich werde auch noch einen zweiten eingießen das ist dieser hier den mal ich jetzt gleich aber auch noch an damit ihr noch mal seht wie das geht das ist relativ simpel man nimmt so ein kleines lidschatten schwämmchen dafür und smica powder der wahl ich habe hier ein grünes und das ist der falsche deckel das ist nämlich gar nicht das borabora sondern das ist das ist irgendwie ein anderes grün ich habe die deckel vertauscht moment das ist das hier das ist dieses dark gloom green von dipon das ist auch ein sehr schönes grün und damit mal ich jetzt die faun federn von dem silikon stempel noch an mit dem kleinen schwämmchen hier mit dem schatten schwämmchen und ihr seht einfach so ein bisschen farbe nehmen und ganz leicht über die oberfläche reiben dann überträgt sich die farbe eigentlich ganz gut und wenn man die stempel dann eingießt dann für die farbe auf die oberfläche vom harz übertragen und geht von den stempeln ab die stempel kann man einfach wie auch von der silikonform kann man einfach vom harz lösen so dass sie dann hinterher wieder zu verwenden sind so ihr seht ihr seht ich habe den stempel angemalt es sieht jetzt ungefähr so aus ich weiß nicht ob das grün das optimale ist ich werde für die feder für die feder in der mitte für die schablone nämlich ein anderes grün nehmen aber egal dann haben wir ein bisschen abwechselt die oberfläche mache ich normalerweise dann immer mit einem feuchten tuch und dann nochmal mit einem trockenen sauber damit auch wirklich nichts mehr an haaren oder fusseln auf der oberfläche bleibt ihr seht die schablone sagt sich ganz gut an die oberfläche an das ist bei diesen weichen silikonform immer sehr gut je härter das silikon ist desto schlechter bleibt die schablone halt auf der oberfläche haften und dann verrutscht die schnell und dann funktioniert das ganze nicht mehr so gut ich nehme für das auge von dieser pfaenfeder das elixier superschrift pigment von dipone das changiert zwischen blau und lila und ich dachte das passt eigentlich ganz gut und drumrum werde ich das wildfire pigment nehmen das changiert zwischen pink und ja so einem orange gold ihr seht jetzt gleich dass es eigentlich nur pink aussieht in der kamera aber am ende sieht man auf den bildern dass das tatsächlich so changiert ihr werdet das dann später noch mal im detail sehen man kann auch einen pinsel nehmen um das pigment aufzutragen bei größeren flächen bietet sich das tatsächlich an einfach mit einem pinsel drüber zu gehen ich finde aber wenn es ein bisschen filigraner ist mit denen mit den schablonen dann bieten sich diese diese make up diese lidschatten schwämmchen wie heißen die eigentlich applikatoren keine ahnung bieten sich eigentlich am besten an und je dicker und fluffiger und weicher die sind desto besser funktioniert das für die restliche feder nehme ich hier das bora bora pigment wo ich eben schon mal den deckel verwechselt hatte das pigment schifte zwischen blau und grün das ist wirklich ein sehr sehr schöner farbton ich zeige euch das gleich auch noch mal näher und ihr werdet sehen dass ich hier mit diesem schwämmchen tatsächlich ein bisschen probleme habe ich habe das dann auch noch mal gewechselt aber diese diese make up schwämmchen sind irgendwann auch verbraucht dann sind die relativ kaputt und dann funktioniert das ganze nicht mehr so gut und dann dauert das ganze ein bisschen länger darum beschleunige ich jetzt hier den prozess damit ihr nicht ewig warten müsst ich habe dann auch irgendwann mehr pigment genommen weil sich das dann leichter verteilen ließ und ihr seht das funktioniert eigentlich ganz gut mit diesen mit diesen schwämmchen vorsichtig dann die schablone abziehen da sieht man auch schon so ein bisschen dieses blaue pigment und dann haben wir die feder auf der oberfläche das ist in der regel kein problem da könnt ihr einfach so ein feuchtes babytuch nehmen oder nehmt ein normales küchentuch macht es ein bisschen nass und dann könnt ihr es eigentlich relativ gut von der oberfläche abwischen dann habt ihr da nicht hinterher irgendwie so sprengel auf auf eurer oberfläche drauf und dann sieht das auch alles wieder wirklich gut aus in der regel geht immer irgendwie so ein kleines bisschen was daneben so dass man das entfernen muss aber das ist kein problem jetzt werde ich die silikon stempel darauf platzieren ihr seht man muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein weil man die angemalt hat man muss sie aber auch so ein bisschen andrücken weil sonst dass das harz unter diese stempel läuft und je mehr darunter läuft desto mehr hat man dann natürlich auf der oberfläche und das muss man dann hinterher so ein bisschen entfernen und das ist doof von daher muss man schauen dass sie sich möglichst gut an der oberfläche anschmiegen und ja das funktioniert normalerweise auch ganz gut ich drücke die dann noch mal so ein bisschen an mit dem fingernagel oder mit einem stäbchen und wenn ein bisschen was drunter läuft ist das okay aber die dürfen nicht so komplett überflutet sein quasi oder sich sogar von der oberfläche lösen das wäre blöd ich nehme euch jetzt hier mal noch runter damit ihr seht wie das aussieht da seht ihr das borabora pigment das ist einerseits grünes aber andererseits auch ins bläuliche geht ist ganz schön und das colorshift pigment oder die colorshift pigment in dem auge von der feder hier noch mal die stempel mit dem grünen da ist auch colorshift pigment drauf da ist der andere stempel das jetzt nicht so gut fokussiert und und wir haben jetzt einen kurzen sprung gemacht weil ich nämlich das harz angerührt hatte diesmal wollte ich weiße paste nehmen die ist wie immer von die poxy das harz ist auch von die poxy das ist das 700er harz und ja einfach vorsichtig auf die oberfläche gießen wie immer man muss bei den stempeln gar nicht viel beachten einfach nur vorsichtig drauf gießen und dann wird sich das schon verteilen luftblasen entfernen und dann ist es das und dann müssen jetzt 24 stunden warten und sehen uns morgen Willkommen zurück es ist der nächste tag alles ist ausgehärtet ihr seht wir haben sogar schönes wetter und jetzt können wir das tray entformen und schauen wir mal ob alles übertragen wurde Optimal alles ist auf der oberfläche von dem harz ihr seht die feder ist wirklich richtig gut übertragen worden das colorshift pigment oder die colorshift pigmente von der feder funktionieren richtig toll und jetzt hole ich da gleich noch die stempel raus weil die stecken ja jetzt noch im harz ein bisschen harz ist quasi unter die stempel gelaufen ist jetzt oben auf den stempeln drauf ich versuche die da jetzt mal raus zu kriegen das ist nicht immer so ganz einfach weil die da sehr fest drin stecken und man erstmal quasi darunter kommen muss oder da rein kommen muss dafür nehme ich jetzt dieses nail tool und werde gucken dass ich die kleinen harz reste die auf dem stempel sind entferne das geht eigentlich immer ganz gut man kann hinterher auch noch eine so eine nagelfeile nehmen und gucken dass man das so ein bisschen weg feilt das wird aber in dem fall hier nicht notwendig sein und dann sollte der stempel eigentlich gleich ganz gut raus Ansonsten könnt ihr auch zahnstocher verwenden oder ein messer oder sowas seid aber vorsichtig mit dem silikon stempel ihr seht die farbe wurde ganz toll übertragen ich finde das grün nicht optimal da hätte ich vielleicht besser das borabora benutzen sollen aber egal Sieht auf jeden fall trotzdem gut aus das beschleunigen wir jetzt hier mal alles prinzipiell das gleiche ist aber auch hier seht ihr die farbe ist gut übertragen worden und ich zeige euch gleich noch mal das ganze in der fotobox wenn ich auch den goldenen rand auf das tray gemacht habe ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr konntet ein bisschen inspiration mitnehmen und wenn ihr fragen habt lasst es mich gerne wissen wie immer in den kommentaren wenn euch das video gefallen hat dann folgt mir gerne und gebt mir einen daumen hoch bis zum nächsten mal macht's gut wie wenn wir auf jeden Fall gro5000 reg cargo haben wird dann ja ich mit dem ich meine ich sage euch ja jetzt bis zum nächsten mal